Hallo und herzlich willkommen im Warren Gate Kraftwerk. Mit dabei ist wieder der I-Ending. Servus, ich schicke als erstes auf. Ja. Warum wird das aus? Kannst du den nächsten reinschicken? Oh, Kanate. Oh, und ich war fast in die Deckung in die Kanate reingrücken. Sehr schön. Wo ist noch einer? Schaut nach oben aus. Na komm welche, komm welche. So, hab den ausgeschalten. Kannst du schon wieder raushauen? Jetzt. Links oben steht einer am Dach. Okay, jetzt runter geht. So. Oh. Bin ich unumschließlich über die Deckung gesprungen. Kannst du wieder auslösen, deinen Brand? Oder hast du schon? Ja, du hast schon, gell? Warte. Unterwegs. Zu spät. Ah, jetzt hat er. Sehr gut. Sie ist noch inaktiv. Vielleicht. Vielleicht kann ich sie mitnehmen und ein paar... Freunde... Also wenn nur zwei, drei Gegner sind, dann glaub ich sollte man es wirklich lassen. Nur wenn sie so wirklich anstürmen. Boah. Oh shit. Oh shit. Boah. Ah. Für solche Fälle habe ich ohne Schrubb. Hm. Hören mich alle? Gut, weil ich euch was zu sagen habe. Larry hat unser Strikers rausgeholt und gesagt, wir könnten unsere eigenen Wege gehen. Jetzt kommt das Gesetz zurück und will uns den Ahnen zudrehen. Die wollen uns wieder einsperren. Wollt ihr im Knast sterben? Wollt ihr, dass die tun können, was sie wollen? Also ich spiel da nicht mit. Von mir kriegt die nichts, hört ihr mich. Im Gegenteil, ich nehme ihr alles von denen. Seid ihr dabei? Jetzt? Ja. Hast du die Munition aufgefüllt? Oh, wo war das? Warte. Oh shit. Seid ihr mich gesehen, ich löse mal aus. Ja, löse du aus. Soll ich? Ich kann nicht. Jetzt kann ich. Hast du schon? Löse aus. Oder lassen wir es. Das sind zu verstreuert. Ja, sind die glaube ich auch nicht viele, oder? Nein. Wollen wir sagen, bei zwei, drei Gegner? Ja schon, man sieht das gar nicht. Ich will nur schauen, warte mal. Wo sind die? Wie sieht man, dass das in Gasrohr ist? Damit das... Das sind Gegner. Ja. Wenn man auf Gasrohr schießt, kommen Flammen raus. Und das kann man zusammen Vorteil nutzen. Nur zwei. Nah, drei oben ist einer. Okay, das war kein Gasrohr. Okay. Hast du? Ja, sorry. Ich habe mich jetzt nicht abgesprochen mit dir. Ich muss mich dran gewinnern, dass du das jetzt auch hast. Ah, da war eins. Ich weiß zwar nicht, was ich getroffen habe, aber ich habe eins getroffen. Ah, schau überall, wo da ein Lampal ist. Das sind so Container. Lampal? Schau da links, wo Netz rausraucht. Wie das ausschaut. Ein Lampal? Ja, ein Lampal. Das leuchtet so. Da links, das da. Die sind schon aus wie so ein... Ah, Moment, Moment. Das da zum Beispiel. Ja, genau. Das hat schon. Darum geht es nicht. Ach so. Das habe ich selbst auch schon. Warte, die kommen sich nicht auf. Ja. Ja. Das da vorne rechts zum Beispiel. Siehst du das? Ah, ja. Da ist ein Lampal drüber. Da ist ein Lampal drüber. Genau. Ich gehe mal vor. Ziel auf das. Toll. Diese Arschlöcher sind lebensmüde. Sie wissen, wie man mit Sprengstoff umgeht, oder? Der Schnüffler in ihrer Shakecake müsste sie direkt zu ihnen führen. Komm, welche? Total Elite-Gegner. Warte. Hast du den Brenner loslassen? Ja. Ich hau jetzt mal in meine Mine. Ich schieße meine nach. So, das ist jetzt was. Geht du zurück, der Mann? Nein! Ich bin sicher, ob es nicht ganz geschafft hat. Ich lege ums Eck. Einfach Koffer fallen lassen und kann weitergehen. Nein, den werden wir nicht verschwenden, den Koffer. Wenn er eh nicht im Weg ist. Weißt du, was ich meine? Okay. Du hast keine Deckung, nur noch mal zurück, gell? Die nächste Deckung ist erst das Gebäude. Ah, das war der Koffer. Ich dachte, jetzt habe ich ihn echt erst verschandelt. Oh, das hat schon mal ausgelöst. Was denn? Die Gas. Oh, da kann ich nicht weg. Oh, da kann ich nicht weg. Oh, ich bin nur rot. Und ich bin tot. Da ist ein Koffer. Danke. Sehen. Da habe ich mich voll verdrückt gehabt. Was denn das für ein X? Okay. Ohne Zeitung. Sehr gut. Danke. Oder kommen. Sicher sehr viele. Ähm. Lass uns los. Ja. Dann schauen wir mal, wie sie sich verteilen. Gut, ich schicke meine raus. Ja. Das ist jetzt unsere Show. Oben musst du aufpassen, gell? Ich weiß. Ich lege mal uns den Koffer her. Da werden wir immer wieder geheilt. Genau. Die ganze Stadt ist wieder im Mittelalter. Denn wenn die ewig Krieg kriegt keiner. Von deiner außen zeigst du mir, dann lege ich mal an. Bitte? Von deiner außen lege ich mal an. Okay. Obwohl. Das sieht gut aus. Da ist jetzt aber keiner mehr da. Mal zur nächsten Deckung laufen. Warte. Warte. Ja. Wir müssen den Sprengstoff jetzt schaffen. Oh. Kommt schon wieder welche? Ich lass los. Lasse laufen. Okay. Okay. Super. Jetzt wir schon. Sorry. Warte mal. Jetzt ist er schon. Wo ist er? Komm. Das könnte er sein runtergefangen. Gesehen habe ich schon. Aber wir haben irgendwo davon. Hat er oben sein glaube ich. Oh jetzt bin ich reingelaufen. Oh. Runter, runter, runter. Oh. Entschuldigung. Das war ich. Oh. Von der Seite. Ja. Ah, wo sind die? Ah, da hinten. Da ist der Sprengstoff auch. Wir können Schärfen haben. Ja. Mich wundert, dass das keine. Mich wundert, dass das keine Zeitmission ist. Warte, da ist was. Ah, da ist was. Ah, da ist das. Wo bist du jetzt? Okay. Nein. Nein, ich habe gedacht, ich muss woanders hin rein. Ach so. Darum habe ich gerade jetzt. Wo bin ich mal. Munition. Na da unten. Ich wirf meine. Ich schaue sie mal auf. Kann ich mal auf. Ich schau. Ich schaue sie mal auf. Die geht immer ab. Aber mit einer normalen Granate. Nein, meine Bienen. Warte ich schon, dass sie uns nicht eingreißen. Ich setze den Koffer. Achso. Oh, danke. Warte, du bist gleich down. Ich weiß. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Warte ich gemeldet nach vor. Kommt noch einer links. Vorsicht, sind wieder welche gespongert. Mal links von dir sein, ne? Granate. Ja. Das war schlecht pur vom Bulli. Zwei sogar. Hinten eine Elite-Sniper, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Ja, da hinten ist eine Elite-Sniper. Warte, schick mal was. Genau, schieß auf ihn, setz ihn fest. Oh, der hat jetzt... Oh, der ist jetzt raufgeflogen. Oh, der ist jetzt raufgeflogen. Oh, der ist jetzt raufgeflogen. Ist jetzt raufgeflogen? Oh, der hat jetzt viel abzogen. Raufgeflogen, raufgesprungen, glaube ich. Ach so. Da schon. Aber die Mine ist nicht zu schlecht, muss ich sagen, ja? Das war jetzt sehr effektiv. Der Elite-Sniper hat es schön abgezogen. Ja. Mal nicht warum der jetzt so abgezogen hat, oder was? Das war jetzt schon. Dann räumen Sie mit den Arschlöchern auf. Sobald es halbwegs sicher ist, lasse ich ein Team eine Bestandsaufnahme von der Anlage machen. Uh. Das war ich. Feiß. Die Cowboys, eine Pomp-Mannschaft. Ist schon okay. Der neben Plan B. Zeit den Laden zu demolieren. Schlagt alles kurz und klein. Sorg für einen Kurzschluss. Macht alles kaputt, dann feiern wir in der Hölle weiter! Das ist so schön. Oh, das ist ein Scherz. Okay, wir müssen rauf wieder. Ich bin oben. Okay, von Deckung zu Deckung. Lass den Dings los, wenn du kannst. Nein, es ist nur einer. Es ist nur einer. Es ist nur einer. Ich stürme. Ich schieße auf ihn. Oh. Oh, sehr gut. Wenn du ihn anschießt, er bewegt sich dann auch nicht mehr. Du hast es zurück. Pass auf. Sicher wieder Gegner. Ja. Uh. Er liebt der Sapper. Warte. Schaut man aus. Dort ist noch ein Sniper. Das ist der selber, glaube ich. Ah, okay. Man hat nicht mehr ganzes Leben, also. Haben. Nur mal da hinten links. Kommen wir gleich runter. Ja. Ja. Na, das sind zwei Turbinnen. Ich geh mal zu der einen. Ich geh links rauf. Na, da interagieren. So, eine ist einmal ausgeschalten. Jetzt warte. Ah, da ist die dritte. Warte. Oh. Gegner kommen. Oh shit, Gegner. Bei dir? Unten? Oh, ich bin jetzt oben. Gut. Ich bin auch oben. Macht das Ritter. Was habe ich gesagt? Die Generatoren können den Druckanstieg nicht lange stattfinden. Den Bereich sichern, gut. Das schaffen wir jetzt. Wir müssen den Druck ablassen. Sonst werden das Kraftwerk und ein Großteil von Steuern vor der Karte gefegt. Ah. Oh. Hinter mir ist einer raufgekommen irgendwo. Pass auf, der rennt hinter eine Richtung. Oh, Karnatentyp. Ich bin unten. Aber... Oh shit. Haben. Bin oben. Danke. Okay. Drei Gegner noch. Neun Minuten. Locker. Ich versuche sie jetzt ein bisschen zu. Setz die Mine an, wenn du hast. Also die... Sie sind alle relativ knapp zusammen. Warte auf, ich gehe jetzt ein bisschen an. Baby, baby, baby. Perfekt. So. Da ist noch irgendwo einer. Es kommen jetzt neue, glaube ich. Ja. Oh, es kommen wieder welche. Machst du einen Scherz? Wenn du welche hast zum Auslösen, dann löst sie aus. So, für eine Zeitfrage jetzt. Aber jetzt, wie viel noch? Komm an, Karnate. Oh. Oh shit. Zurück, zurück, zurück. Ah, ich bin hier gefangen. Oh, Stefan. Ich bin wieder nach unten gefangen. Ah, jetzt nicht so. Oh man, komm noch, komm noch, komm noch. Rote Fässer um. Sehr schön. Mini habe ich losgeschickt. Ja, passt. Snapper. Oh, Elite Gegner. Ich will ja nicht drängen, aber wenn sie nicht sterben wollen, sollten sie langsam mal die Sicherheitsventile öffnen. Oh shit. Ich bin jetzt eingegreist. Bleib einfach. Das ist ja genau wie der Schrotterdistanz. Oh. Wir müssen noch Ventile öffnen wieder. Glaub ich. Ja, das haben wir schon. Ich glaube, das nur wiederholt war so. Okay. Okay. Ich glaube, die Gegner kommen so lange, bis man die Ventile hat. Oh. Da sind wir da oben. Aber die Ventile haben wir ja schon, hast du gesagt, oder? Nein. Wir müssen jetzt nur mal den Bereich sichern. Aber ich denke, es kommen so viele Wellen. So, pass auf. Geh weg, geh weg, geh weg. Bleib weg. Mein Freund kommt. Passt Haupt. Oh, ich komme nicht mehr rauf. Ah, sehr gut. Hauptventil, siehst du? Haben wir noch. Weißt du, irgendwas ist? Keine weiteren Sicherheitsventile entdeckt. Gehen sie zur Scheißzentrale. Ich weiß nicht. Er muss nicht Druck abgelassen, aber er steigt immer noch. Eine völlige Abschaltung ist nur in der Schaltzentrale nötig. Ah, nicht runter. Ah. Nicht runter. Shit. Munition. Willkommen zum Ende der Weltarschlöcher. Macht sie alle Leute! Robert, Munition aufnehmen. Keine Neustadtzoner, gell? Ja, hab ich gelesen. Jetzt müssen wir noch viel mit dem Koffer arbeiten. Schicke meinen Haberer los, vielleicht auf Verdacht. Pack. Ich stelle den Koffer hin und schicke ihn nochmal da irgendwo nach hinten. So, ich stelle mich da daneben, weil da bin ich auch noch im Bereich drinnen. Links. Wo habe ich? Links kommen noch zwei. So, schicke ich. Ah, der hat. Kommt da hinten noch. Wir bleiben hier aber, glaube ich. Ist gut. Ja. Vielleicht einer links, einer rechts von dieser Lücke. Sollte ich mit dem Koffer auch rausgehen? Nächsten kommen. Den Steuerraum sicher nicht, glaube ich. Aber kommen wir schon sicher? Ja. Ich schicke meine. Oh. Durch die Kanate. Oh. Oh, Kanate. Soll ich aber jetzt nochmal weg müssen? Koffer nimm ich. Oh, aber doch. Hab ich, hab ich. Oh, Kanate. Oh. 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 Dunkelrot. Kanate? Also auf rechts ist auch Kanate. Ah, rechts von uns. Ja. Aber vorsichtig sind die Kanate, gell? Ja. Ah, zwei in die Kanate. Machen wir's so. Ich stehe mit deiner eigenen Kanatepitch. Ah, einen haben wir noch. So, der ist da drüben. Run, bitch. Warn, Alter. Oh. Alter, wo kommt der hin? Gleich von mir. Ich bleib bei dem... Echosystem? Ah, das war nicht so gut, wo ich bin. Geh mal wieder zurück. Ich kann nicht zurück jetzt. Du geh zurück. Fährst du jetzt zurück? Oh, es steht hinter uns auch. Hinter uns auch. Oh. Da halt wirklich nicht drauf. Das ganze schließende Position. Oh. Ich schick meine Minion los. Ich hoffe, dass du keine... Kommen. Ja. Schick los. Ich habe hier keine dabei. Ah, einer ist noch, glaube ich. Ah, da oben kommst du nicht weiter, gell? Ja, das ist ja das. Komm vielleicht wieder runter. Ich habe Angst vor dem Tor hinter dir einfach. Ja, ich auch. Ich auch. Jetzt versuchen wir den anzugreisen mal. Boah. Wer ist jetzt dieser? Oh. Na dann, hier ist Schluss. Und zwar jetzt. Und für einen von uns sogar für immer. Oh, ich habe Angst. Ich muss es nicht mehr machen. Ich muss jetzt alles nachladen, oder? Da ist ja schon der Endhaber. Ich habe ihn losgeschickt. Ja. Aber es ist auf Granate. Granate! Schickt man auch gleich? Ja. Ah, sieht sie nicht? Muss bitte mal. Ja. Ah, der ist da drinnen jetzt. Der ist ein Keister. Ich bin schon drauf. Hast du noch irgendwelche Granaten? Uh, jetzt habe ich abzogen. Vorsicht, das sieht ordentlich ab. Aber er hat in mich investiert. Ja. Hm, was weiß ich nicht? Tja, nichts ist explodiert und die Sirene jault nicht mehr. Also sieht das wohl ganz gut aus. Ein Team ist bereits unterwegs, um die Schäden zu beheben. Für sie gibt es nichts mehr zu tun. Sie können nicht respektiert werden. Denn wenn wir diesen Platz nicht kriegen, sorgen meine Leute dafür, dass ihn keiner kriegt. Und bis dahin werden wir leben. Ich gehe zurück zur Lexington. So. Verlassen. So, sehr schön. Ah, da ist wohl der Aufzug. Na gut. Jetzt verlassen wir noch ordnungsgemäß die Base. Sicher. Ah ja. Ach. Ach gut. Gut gemacht. War gut, ja. Das hier ist der absolute Hauptgewinn-Agent. Was er sagen will, ist, dass wir Tonmaterial von einem unserer geschätzten Kollegen abgefangen haben. Er nutzt die Situation zu seinem Vorteil aus. Wir müssen ihn erledigen. Warte, neue Beweise verfügbar. Was ist das? Ein Video? Sicher. Schauen wir es an, oder? Ja. Mach es nur Audio. Achso. Verstehe ich nicht. Man sollte doch meinen, es geht genug von diesem Virus um. Es geht um Einfluss. Wenn ich diesen Baukasten für die Dollargrippe habe, für dieses grüne Gift. Eine Kanone eignet sich besser zur Selbstverteidigung als ein Virus. Seien Sie nicht so engstirnig. Denken Sie in größeren Dimensionen. Es wird keine medizinische Infrastruktur mehr. Das ist wie im Wilden Westen da draußen, bloß weniger zivilisiert. Dass ich in der Lage bin, jederzeit den sicheren Tod zu entfesseln, bringt mich in eine Position der Stärke. Und die Kernbestandteile für einen Impfstoff zu kontrollieren. Das ist auch ganz nützlich. Also könnten Sie noch mehr Leute töten? Wem sollte das auffallen? Es geht nicht ums Töten. Es geht darum, töten zu können. Und darum, Ihnen eine Hoffnung auf Rettung zu geben. So wie sich die Dinge da draußen entwickeln. All die Gruppierungen, die sich ihr eigenes Territorium aus den Resten der Zivilisation schneiden. Da ist es nur sinnvoll, oder... So, bei mir ist Übertragung beendet. Bei mir noch nicht ganz. Aber jetzt. Gut, das war's Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Wir sehen uns im nächsten Gebiet. Ciao, Papa. Ciao.